Ein Experte für Fahrzeuge zu Wasser und zu Lande ist die Otto Krippel GmbH in der Nähe von Stockerau. Die Angebotspalette umfasst dabei alle Karosseriearbeiten, die Glasschadenbehebung und sogar einen Ersatzteilverkauf für Boote. Das Steckenpferd der Otto Krippel GmbH und die große Leidenschaft des Chefs selbst ist aber die Lackiererei. Unter den kundigen Händen der Lackierermeister erstrahlt Alters bald wieder in neuem Glanz. Man nimmt sich dabei ausgebleichter Lacke und Rostflecken genauso meisterhaft an wie Lackschäden aller Art. Aber auch komplette Bootslackierungen fallen in das Metier des Ausnahmebetriebes. Dank der neuesten Farbtonvermessungstechniken kommt es dabei zu keinen schlimmen Überraschungen. Wer sich der Herausforderung des Lackierens jedoch lieber selbst stellen möchte, bekommt hier nicht nur die passenden Arbeitsutensilien, sondern auch Tipps vom Profi, wie man es richtig macht. Weitere Informationen zu den glänzenden Ergebnissen der Krippel GmbH erhalten Sie unter www.krippel.co.at